Herzlich willkommen zu dieser kurzen Videofallstudie, in der es darum geht, wie ein EMS-Studio in neun Monaten 67 Mitglieder gewonnen hat, ohne dabei auch nur einmal die Kampagne zu wechseln und das Ganze bei einem ROI, einem Return on Invest von 16. Das bedeutet, wir haben Werbeausgaben getätigt und während dieser Zeit von neun Monaten haben wir insgesamt das 16-fache des Umsatzes wieder rausgeholt. Natürlich in Zusammenarbeit mit dem Studiobetreiber, den ich euch im Laufe der Fallstudie auch noch vorstellen werde. Wir werden uns noch Zahlen, Daten, Fakten angucken. Wir werden uns genau angucken, wie wir das gemacht haben, also wie der Prozess dahinter aussah. Kommt alles im Laufe der Fallstudie noch vor. Zunächst aber mal ganz kurz zu mir bzw. zu uns. Mein Name ist Tim Kromath. Zusammen mit meinem Geschäftspartner Adam Bigon haben wir in den letzten dreieinhalb, vier Jahren, so lange gibt es Memberboost, schon jetzt über 350 Kunden betreut. Aus den Bereichen Fitness, EMS, Functional, Kampfsport, aber auch Beauty-Kunden, wie beispielsweise Abnehmen im Liegen, Skinny Lift und Balancer. Wir sind nicht nur eine Marketingagentur, sondern mein Geschäftspartner, der Adam, betreibt auch noch eine Crossfit-Box, das Crossfit Wuppertal. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir neue Kampagnen, Creatives, Werbetexte, Bilder, Videos und so weiter erst bei ihm testen und dann auf unsere Kunden entsprechend übertragen und ausliefern. Ganz kurz dazu, wie sieht der alte Weg im Online-Marketing aus? Ja, für diejenigen, die noch gar keine Vorstellung da haben, was wir eigentlich machen oder wie digitales Marketing aussieht, da gibt es einmal diejenigen unter euch, die noch gar kein Online-Marketing oder Marketing generell haben. Das ist so die typische Aussage, ich wachse organisch oder mit Empfehlungen. Das hält unserer Erfahrung nach keinen konkreten Nachfragen stand. Wenn man mal fragt, wie viele Empfehlungen bekommst du denn, wie sieht dein Prozess dahinter aus oder hast du denn irgendwie was, was du den Leuten mitgeben kannst, wenigstens eine Empfehlungsseite, wo sie sich eintragen können und dann konkret du nachvollziehen kannst, ob die Empfehlung denn von einem von deinen Mitgliedern kommt oder ob der jetzt einfach so reingelaufen kam. Das heißt, da besteht in der Regel noch gar kein Marketingprozess. Viele Betreiber oder Inhaber machen auch noch Flyer-Marketing, gehen auf Promotions oder machen Zeitungswertung, Werbung, Plakate und so weiter. Wer das selber macht, ich sage an der Stelle gar nicht, dass das gar nicht funktioniert, genauso wie Empfehlungsmarketing. Wenn man das gut macht, funktioniert das selbstverständlich. Ja, das soll hier kein Rant, kein Schimpfen über irgendwelche anderen Marketingmethoden sein. Wer das alles aber macht, der weiß ganz genau, wenn man beispielsweise eine Promotion-Aktion macht, da braucht man schon Leute, die sehr hartgesotten sind, die sich im Grunde genommen den ganzen Tag nur Neins und Abfuhren abholen von irgendwelchen Leuten, die sie kalt ansprechen müssen. Das heißt, da braucht man schon ein bisschen Eier, auf gut Deutsch gesagt, um das wirklich erfolgreich zu machen und hat dann hinterher in der Regel einen riesigen Haufen von Leads, der meistens über irgendwelche Sachen generiert wurde, wie beispielsweise ein Gewinnspiel und daraus dann hinten raus auch wieder Mitgliedschaften zu machen. Auch das bedarf extremem Verkaufstalent, kann man einfach sagen, was die meisten einfach nicht haben. So viele gute Verkäufe gibt es nicht, aus meiner Erfahrung nach. Dann gibt es diejenigen, die machen schon Online-Marketing und schalten aber jährlich zig verschiedene Online-Kampagnen mit so einer sogenannten On-Off-Mentalität. Und die Begründung, die da mit einhergeht oder die ich von vielen immer höre, warum schaltet denn so viele Kampagnen, das macht ja super viel Arbeit und die Leads kommen immer aus anderen Quellen. Ja, man muss ja möglichst viele Zielgruppen und Leute abholen. Ja, das ist grundsätzlich richtig, digitales Marketing funktioniert aber ein bisschen anders und es führt am Ende des Tages einfach zu ein paar Problemen. Beispielsweise macht es einfach viel Arbeit, Empfehlungsmarketing. Man muss immer auch, ja, auch das ist quasi ein kaltes Ansprechen von Leuten. Es sind zwar Mitglieder, aber auch da braucht man einfach, ja, es ist immer eine gewisse Überwindung, jemanden anzusprechen. Hey, kennst du denn nicht jemanden, der noch Bock hätte bei uns zu trainieren? Das Gleiche natürlich mit Promotion. Auch da ist das gleiche Thema. Wer schon mal Flyer gedruckt hat, der muss die designen lassen, die müssen gedruckt werden, dann sind die falsch gedruckt. Die Hälfte ist irgendwie zerknittert, die müssen verteilt werden. Dafür muss man sie entweder mit der Post verschicken, was Geld kostet, oder man muss jemanden beauftragen, von dem man hinterher vielleicht gar nicht weiß, ob er es tatsächlich gemacht hat oder die Dinger irgendwo im Mülleimer gelandet sind. Viele Kampagnen, ja, egal ob online oder offline, führen zu schlechter Übersichtlichkeit, zu einem hohen internen Kommunikationsaufwand, der man muss beispielsweise an seinem Team immer wieder weitergeben. Ja, was ist denn jetzt die aktuelle Kampagne? Wo kamen denn jetzt die Leads her? Was sage ich denn zu den Leuten? Was haben die denn schon gesehen? Das wiederum führt zu schlechten Abschlussquoten. Und der Witz ist auch, ja, obwohl man gerade im digitalen Marketing verschiedene Kampagnen schaltet, um verschiedene Zielgruppen abzuholen, flacht die Lead-Anzahl in der Regel nach wenigen Monaten stark ab, obwohl man ja verschiedene Zielgruppen anspricht und immer was Neues macht. Warum ist das so? Gerade im digitalen Marketing, ja, durch häufiges On-Off, also das Aus- und Anschalten oder wechselnde Kampagnen, ja, sprich einmal mache ich ein Fehlersuchspiel, dann mache ich eine Figurkampagne, dann mache ich wieder ein Gewinnspiel, dann mache ich eine Rückenkampagne. Es gibt es einfach keinen sogenannten Lerneffekt im Werbenetzwerk. Insbesondere bei Social-Media-Werbung ist es nämlich so, dass die Werbung erst richtig gut wird, wenn ihr sie einfach laufen lasst. Ja, das Werbenetzwerk lernt nämlich mit. Und außerdem ist es so, dass eben durch diese schwankende Lead-Qualität, durch verschiedenartige Kampagnen, ja, es gibt Gewinnspiel-Leads, die sind natürlich deutlich schlechter als die, die sich über beispielsweise, ja, ein Figurprogramm, also irgendeine themenbezogene Kampagne eingetragen haben. Da kann einfach gar kein richtiger Verkaufsprozess etabliert werden, weil, ja, die Leute sind immer anders, da weiß ich nicht, was ich da sagen soll, haben die ein Gewinnspiel gesehen, da kann ich kein richtiges Verkaufsgespräch, mal richtig Skripten, wo ich weiß, hey, wenn der Einwand X kommt, dann habe ich da drauf die schlagwertige Antwort Y und so weiter. Das heißt, da gibt es einfach, das läuft einfach nicht, das Ding. Ja, es wird ständig irgendwie anders und macht viel Arbeit hinten raus. Jetzt gibt es einen neuen Weg, das denkbar einfach, das ist die Philosophie, wie wir Marketing schalten, sowohl für uns selber, für Memberboost, als auch für alle unsere Kunden, nämlich Punkt Nummer 1, eine gute, technisch korrekt aufgesetzte digitale Kampagne, systematisches Follow-up, ja, also sprich, das ist offenbar auch für viele ein neues Konzept, Follow-up, dass man Leads, die man einmal generiert hat, dass man die einfach mehrmals anrufen kann, ja, also für viele ist das eine komplett neue Welt, dass Leads scheinen oftmals, das wurde so gelehrt, dass Leads einfach lost sind, ja, oder dass die weg sind, wenn man sie mehrmals nicht erreicht hat oder wenn sie am Anfang gesagt haben, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder kein Interesse, dann sind die weg und die werden oftmals nie wieder kontaktiert, ja, systematisches Follow-up, also nachfassende Leads führt in der Regel aber dazu, dass ihr einfach mehr Umsatz macht, ja, weil ihr die Leads, die ihr ohnehin generiert habt, die ihr schon gekauft habt, da könnt ihr einfach nochmal mehr rausholen, die werden auch wärmer mit der Zeit und, ja, das Nutzen einfach von neuen Technologien, jetzt kommt im konkreten Fall WhatsApp, ja, um die Erreichbarkeit zu steigern. WhatsApp ist richtig geil, um die Leute überhaupt mal zu erreichen und auch zu terminieren. Was sind die Vorteile jetzt davon, ja, also erstens mal habt ihr eine dauerhaft stabile Anzahl qualitativ hochwertiger, gleichartiger Leads, so, das ist total entspannend, ja, wenn man die Kampagne einfach laufen lassen kann, sich nicht ständig darum kümmern muss, dass irgendeine neue Kampagne geschaltet wird, seinem Personal wieder sagen muss, die neue Kampagne XY wird jetzt für zwei Wochen geschaltet, dann ist es wieder komplett anders und kommen in kurzer Zeit irgendwie viele Leads rein, die dann wieder nicht erreicht werden, weil irgendjemand Urlaub hat, krank ist oder einfach nicht die Kapazität oder die Lust da ist, den Leuten hinterher zu telefonieren, ja. Zweitens, wenn ich die digitale Kampagne einfach laufen lasse und das technisch korrekt aufsetze, dann lernt das Werbernetzwerk mit, mit anderen Worten, die Leads werden über die Zeit immer besser. Ihr kennt es selber, es gibt diesen Marketing-Spruch, der da heißt, bis jemand tatsächlich kauft, ja, sind irgendwie so zwischen sieben und zwölf Kontakte oder Berührungspunkte in irgendeiner Art und Weise mit dem Unternehmen notwendig. Das gleiche ist natürlich bei digitalem Marketing. Wenn ich jetzt jeden Monat eine andere Sau durchs Dorf treibe, auf gut Deutsch gesagt, dann sieht immer nur derjenige einmal diese eine Kampagne, vielleicht nur einmal und plopp, ist die wieder weg. Wenn ich die Kampagne laufen lasse, dann ist es erst mal so, die Leute sehen es öfter und zweitens, ja, die KI, also quasi die künstliche Intelligenz im Hintergrund, ja, bei Facebook oder Instagram beispielsweise, die auswertet, wer da klickt, wer sich einträgt, wer hinten raus Termine bucht und so weiter, die lernt ja mit auf dieser Basis. Das heißt also, das Werbenetzwerk ist in der Lage, auf der Basis der generierten Leads, die Werbeanzeigen immer besseren oder gleichartigen Leuten, die diesen Leads nämlich ähneln, auszuspielen. Und je mehr Leads ihr generiert und je länger ihr das macht, desto besser und gleichartiger werden die Leads, das heißt, die werden mit der Zeit einfach besser. Außerdem ist es so, dass durch Follow-up die Leute nicht lost sind oder dass, wenn man die dreimal nicht erreicht hat, dass die komplett aus der Welt sind, vielleicht waren die im Urlaub krank oder sonstiges, ja. Durch Follow-up werden es erstens mal noch mehr Leads, ja, unserer Erfahrung nach zwischen 30 und 20 und 30 Prozent mehr Leads und Kontakte und Termine und hinten raus, die man machen kann. Und zweitens, wenn ihr mit den Leuten einfach tatsächlich im Kontakt bleibt, ja, sprich, mit denen mal am Telefon gesprochen habt, vielleicht regelmäßig alle zwei, drei Monate oder denen mal eine WhatsApp schreibt oder vielleicht mal ein Video hinterher schickt aus eurem Studio, ja, dass die Leads besser und wärmer werden und irgendwann kaufen die, wenn ihr einfach dranbleibt. Wie schaut sowas aus? Ja, wie sieht der neue Weg aus? Wie sieht die Übersicht aus? Und zwar ist es ganz einfach, wir haben vorne ein digitales Marketing, was einfach dauerhaft durchläuft. Ich habe es eben gerade schon erklärt, keine zig Kampagnen, eine gute Kampagne, die einfach dauerhaft Leads generiert und die landen in einer Kontaktdatenbank. Diese Kontakte, die kann ich anrufen oder mit WhatsApp bespielen, das heißt, ich kann denen entweder einen Anruf da lassen, wenn sie nicht drangegangen sind, dann kann ich per WhatsApp nachfassen. Danach kommen sie bei euch in die Vor-Ort-Beratung und machen eine Mitgliedschaft. Was bedeutet jetzt Follow-up? Das sind die Pfeile, die im Grunde genommen unten drunter sind, ja. Wenn ich sie nicht erreicht habe oder sie gerade keine Zeit haben, dann kommen sie wieder in die Kontaktdatenbank, ich kann sie wieder kontaktieren, ja, das kann man systematisieren, das haben wir auch gemacht. Oder wenn sie vor Ort da waren und sich nicht abschließen lassen, das heißt das ja nicht, dass ich die nicht nochmal in zwei, drei Monaten einfach anrufen kann, und sie entsprechend dann nochmal in eine Vor-Ort-Beratung reinholen kann, wenn es jetzt einfach besser passt. Und hinten raus kommen natürlich dann die Mitgliedschaften raus. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie das Ganze im Detail aussieht, am Beispiel eines EMS-Studios, was ich schon gesagt habe. Und zwar geht es um das EMS-Studio BodySmile. Wir sehen den Inhaber, wenn ich mich hier mal ein bisschen verschiebe, ist der gute Michael Frenzel, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, ist einer der Inhaber vom BodySmile Jena, ist ein EMS-Studio. Und was wir da gemacht haben, beziehungsweise wie die Zahlen da aussehen, das schauen wir uns mal direkt im nächsten Zug an. Wir haben hier einen Betrachtungszeitraum vom 1.7.2021 bis 31.03.2022. Das sind insgesamt neun Monate. In diesen neun Monaten haben wir Werbeausgaben in Höhe von 8.615,16 Euro gehabt. Daraus wurden insgesamt 370 Leads generiert, also Kontakte, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die sich für ein gewisses Angebot eingetragen hatten. Daraus wurden 67 Mitglieder gewonnen. Wir haben einen Durchschnittsbeitrag von 118,64 Euro im Monat. Warum ist das so krumm? Weil der Michael Wochenpreise hat. Und zwar ist es so, dass er zwei Vertragslaufzeiten hat. Einmal 12 und einmal 24 Monate. Das sind auch die einzigen beiden Vertragsmodelle, die er verkauft. Und die 118 Euro resultieren quasi, das ist der Mittelwert zwischen beiden. Weil er quasi 50-50 verkauft. Einmal 24 und 12 zu jeweils 50 Prozent. Kommt eine durchschnittliche Laufzeit von 18 Monaten heraus. Und ein durchschnittlicher Beitrag von, bei 12 Monaten sind es 29,90 die Woche. Und bei 24 Monaten sind es 24,90 die Woche. So, dass wir eben mal 4,33, ihr kennt das Spiel. Ihr könnt ja selber ausrechnen, dass es auf diese 118,60 Euro kommen. Das macht einen Vertragswert von 2.135 Euro im Schnitt, wenn er einen Vertrag abschließt. Und das multipliziert mit 67, nämlich dem Gesamtumsatz aller Verträge, die da generiert wurden. Kommen wir auf 143.000,79 Euro, was einem Return on Invest entspricht, wenn wir diesen Gesamtumsatz durch die Werbeausgaben teilen, von 16,6. Für die Zahlenfreaks unter euch habe ich noch eine Zahl errechnet, nämlich die Kosten pro gewonnene Mitglied betragen hier insgesamt 128,58 Euro. Das ist eben, wenn man das ins Verhältnis setzt, nicht mal grob einen Monat, den man quasi investiert hat, um dieses Mitglied zu gewinnen. Das mal dazu, Zahlen, Daten, Fakten. Wenn dich interessiert, wie sowas auch bei dir im Studio laufen kann, wie man einfach erstens eine Kampagne schaltet, die gut ist, durchgängig Leads generiert und dafür sorgt, dass du immer Kontakte zum Anrufen hast, wie du systematisch Follow-up machst, unter anderem auch mit WhatsApp bringen wir dir bei, und hinten raus diese Mitglieder natürlich auch zuverlässig abschließt, und zwar in 12- bzw. 24-Monatsverträge und nicht mit irgendwelchen monatlich kündbaren Verträgen darum machst, unter dem Vorwand, oh, es war ja Corona, alle wollen keine langfristigen Verträge mehr machen. Dann trag dich gerne ein für ein kostenfreies Erstgespräch mit uns, mit Member Boost. Wir quatschen dann kurz mit dir am Telefon, schauen, ob das Ganze bei dir Sinn macht und erklären dir dann gerne in einem eingehenden Beratungsgespräch mal im Detail, wie das für dein Studio aussehen kann. Klick dazu einfach auf den Button unter dem Video oder wahrscheinlich ploppt er jetzt auch hier in dem Video irgendwo auf. Je nachdem, wo du dieses Video siehst, trag dich ein und wir hören uns dann hoffentlich im Erstgespräch. Vielen Dank, Servus und Ciao.